Es regnet, wir müssen nicht gießen. Oh, super. Oh, Albert ist da. Was will er denn? Ich muss mit dem Wanderer über den Sprechen gehen. Der war doch da irgendwo, weiß auch nicht wo. Oh Mann. Irgendwo, wo ich den Weg wieder nicht finde. Tja. Soll ich dir einen Tipp geben? Nee. Gut, dann nicht. Ja, ich lauf falsch. Oder? Weiß ich nicht. Ich hab nicht geguckt, wohin du läufst. Das neue Gebiet, wo die Dornen waren, genau. Nee, genau. Ich geh mal Asen füttern. Wuffi! Den kann man aber nicht. Das geht nicht. Wilder Hund hat aber ein Halsband. Du wirst den schon irgendwann zähmen können. Ich kann ja auch ein Pferd füttern. Bloß ich weiß nicht, ob mir das sowas bringt, wenn ich den jetzt fütter. Ja, cool wäre... Ja, wäre halt natürlich, wenn man reiten könnte. Ich weiß es nicht. Was wird das mit Weizen? Ja. Also, nee, heu. Kannst du nur nicht herstellen. Der Computer sagt nein. Ach komm, ich führ da hier nochmal ein braunes. Ein Museum? Hast du schon ein Museum? Ja. Ja. Natürlich, wieso frag ich eigentlich? Ja, so. Willst du mal zu mir kommen? Nein. Warum nicht? Dann werde ich nur eifersüchtig. Hey, ich war ja gar noch nie hier drin. Und das ist ein Durchgang zu einem See. Hä? Kohle und Marmor kannst du da abbauen, aber wofür dir das gut ist, weiß ich auch nicht. Trinkt auch nicht viel Geld. Lohnt sich nicht. Museum ist übrigens auch schweineteuer. Aber bringen tut's auch nichts. Das ist einfach dem sein Haus dann. Nee. Doch. Werden da nicht Zeugs ausgestellt, das man da erspielt hat? Nö. Oh, schade. Das ist dann oben beim Wanderer. Ach so, halte, du bist ja beim Wanderer. Das ist praktisch, wenn du der Hügel bei Mr. Money oben, der, wohl gerade dieser Alberto müsste da auch stehen. Mhm. Da oben drüber steht dann ein Haus von ihm. Ach so. Also ich mir kurz, wo diese, wie hast du dem gesagt, nicht, du sagst ja nicht Ruine. Was ist das, hä? Ich kann dir nicht folgen. Diese Ruine da, die da oben ist. Du hast dem anders gesagt, oder wie? Nee, nee. Da, wo Alberto jetzt ist, im Dorf praktisch. Wird das dann gebaut. Wird ich kurz anschauen. Wenn du bei Mr. Money praktisch, ist doch auch so ein großer Hügel. Ja. Da drauf. Ah. Hast du mal diesen Foto-Modus gemacht? Nee, noch nicht. Das ist so cool. Kannst du über die ganze Map, kannst du da rum switchen, wie du willst. Wie geht das? Äh, mit F10. Ah. Oh, jetzt bin ich unter der Map. Das wollte ich nicht. Oh, Mieti. Oh. Kein Platz mehr. So. Juhu. Wufi. Ruff. Der bellt. Er ist kann bellen. So langs nicht miau, das ist doch gut. Ja, doch stimmt. Blübchen. Jetzt hätte ich hier noch Karotten geholt und Karotten schön aufheben. Oh. Ja, sieh, ich hab's angepflanzt. Ja. Stimmt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hab ich da noch Platz hier? Hier. Weil auf dein Gehalt fütter ich gerade vier Häschen. Ja. Ja, dann machst du nichts Dümmeres. Das ist schon okay. So. Blümchen. Das kann ich. Ähm. Das kann ich. Das kann ich haben. Das kann ich haben. Papier. Hier. Auch noch. Das können wir verkaufen. Das kann ich auch noch eins gehen. Miau. Miau. Nein. So fresse da. Das ist eine Mietekatze, die dir folgt. Ich? Mhm. Habe ich eine Mietekatze? Wieso ist denn da eine Mietekatze? Wo? Da. Und da bei dir auch. Die zwei. Ah, die gehen die so weit weg? Ich glaube, du siehst gerade, was sonst ist, als ich. Die zwei. Doch, die eine Katze ist dabei. Doch, die läuft dir hinterher. Mhm. Mir läuft nichts hinterher. Ich hab kein Bett. Du siehst nichts. Ich sieh's. Nee, ich seh nichts. Ha, genau hinter dir. Eine Purple Daisy Field. Ah, warte, ich hab, glaube ich... Ähm... Nein, Purple Cosmos habe ich. Mist. Haben wir verkaufen. Ja, aber die kaufen das gar nicht mehr so schlecht, das Flint, ne? Auch wenn's nicht viel bringt. Immerhin kommt's weg. Das schon. Die Frage ist halt, ob's das lohnt. Ja, aber wenn man's schon eh hat. Ich meine... Puh. Oho. Hier wird einfach verströmt, verkauft. Alles zu Geld machen. Ja, sorry. Jetzt hab ich das Blümchen. Ich kann ja nicht beides anziehen. Oh, so schlechtes Gewissen, ey. Jetzt ist er verkauft. Jetzt kannst du das nicht mehr ändern. Ich weiß ganz genau, dass der von mir war. Ja. Ich hab ja das Blümchen von dir hab ich doch an. Also, das Purple Cosmos kann ich verkaufen, ne? Ohne schlechtes Gewissen mal. Ja. Mhm. So viel Papier hab ich da noch? Sechs. Ja, ich hol dann noch mehr Papier. Ich seh schon, dass du schon wieder mehr Blumen machen willst. Ich bin dran. Ja, geil. Ja, ich weiß. Die sechs Papier sind auch von mir. Die hab ich da rein. Ne, ich hab auch noch. Ich hab auch noch reingemacht. Wirklich. Ja, ich glaub's dir doch. Das ist nicht alles von dir. Nö, hab ich ja nicht gesagt. Aber die sechs, die drinnen waren, die waren von mir. Die hab ich, ey, wär's rein. Hab ich denn meine, hab ich die in die andere Kiste gehauen? Weiß ich nicht. Weil ich war ja hinten beim Camp, da hab ich gleich gesammelt, bis mein Inventar voll war. Weil ich hab auch einen gemacht. Weil da kannst du auch ziemlich gut sammeln. Und die Insekten kannst du halt nebenbei verkaufen. Bringt zwar nicht viel, aber es geht. Kauft. will viel mehr geld ja auch platz im inventar ja da so 20.000 für den nächsten job hast du auch nicht wenig ich bin natürlich auch um die fire pits kümmern und könnt ihr die gleich mit hinnehmen sehe ich gerade so kaufen die eher insekten super nehmen die gleich weg die haben auch keine ahnung was ging mir jetzt zu schnell wieso ich weiß ja nicht wie viel du schon gekraftet hast im inventar also ich habe das so gemacht ich habe mir die zutaten ins inventar genommen und habe dann immer nur vier oder fünf stück gekraftet und habe die dann abgeliefert also weiß was ich meine naja dann gehe ich jetzt noch kurz ins dorf spät ist okay es ist Ja, also ich sammle jetzt den blöden Pup trotzdem, ne? Oh, hi. Würde ich schon machen. Ja, wenn du da sagst, wenn das wirklich... Also ich hatte schon, ich weiß ja nicht, was bei dir noch kommt. Aber irgendwann, wenn ich sie hatte... Entschuldigung. Wie gesagt, wenn ich sie hatte, müsstest du ja auch bei dir irgendwann kommen. Ah, und weißt du, was ich vergessen habe? Wir haben doch das Hühnchenhaus da erweitert. Gut, die zwei Chicken könnte man da noch reinstellen. Ich kann es vergessen. So langweilig wird es einem nicht. Nö. Hat ja immer gut zu tun eigentlich. Ja. Ja, das ist schön. Ich hab sogar noch Energie. Diese Steinblöcke, bist du da grad dran? Ne. Ich sammle Papier. Zumindest Gras für Papier. Na dann fange ich da aus. Also reichen wird's nicht, aber dann benutze ich noch den Rest. Super. Na klar. Wieso hab ich schon wieder Sand dabei? Ich hab das nicht geholt. Du weißt doch, man hat immer Sand dabei. Wenn man einmal am Strand geht, hat man immer Sand. Schon? Ich will das nicht. Das ist der ideal Platz hier, um Papier zu sammeln. Wo bist du denn? Hinten beim Campingplatz. Das dauert, glaub ich, eh zwei Tage, ehe wieder alles da ist. Muss noch mal abzuenden, sag ich mal. Aber hier sind ja so viele Pflanzen. Pflanzen. Ich kann ja mal gucken. Ich hab jetzt 200 Pflanzenfasern. Boah. 22 Papier konnte ich jetzt machen. Und da hab ich ja vorhin schon mal sechs gemacht. So, jetzt bin ich dann auch voll. Mehr als voll. Ähm. Ich hab keinen Platz mehr. Nix. So. Nein. Der Tag ist vorbei.